Zunächst richten wir unseren Blick aber nach Feldkirch, denn dort feiert heuer das Bulba-Festival sein 30-jähriges Jubiläum. Wir feiern selbstverständlich mit und begrüßen mit Herwig Bauer, den Geschäftsführer des Kult-Festivals im Studio. Herzlich willkommen! Vielen Dank! Am 6. Juli geht's los, das Bulba-Festival feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Wie läuft der Aufbau? Wir haben heuer etwas früher angefangen und sind erstaunlich gut unterwegs. Wir fühlen uns sehr wohl dabei in der neuen Architektur schon und es ist schon sehr viel sichtbar und irgendwie fühlen wir uns fast zu sicher möglicherweise. Am Ende wird es garantiert wieder eng, aber aktuell ist alles auf Schiene. Man hat ja auch 30 Jahre Erfahrung inzwischen, also es wird trotzdem immer eng, bekanntermaßen. Stichwort Architektur, worauf dürfen wir uns denn daher erfreuen, welches Design wurde heuer verwirklicht? Wir dürfen uns auf sehr viel Holz freuen, einmal mehr. Und wir haben wieder speziell im Außenbereich sehr viel Aufwand betrieben, um quasi eine idyllische Welt in der idyllischen Welt dort zu bauen. Also es gibt ja im Reichenfeld wunderschöne Flecken und eine tolle Natur auch und das quasi mitten in der Stadt. Und wir versuchen einmal mehr Natur und Kultur zu vereinen. Neu ist vielleicht in diesem Jahr, dass nicht die Bühne unbedingt permanent im Fokus steht, sondern wir haben versucht, das Publikum selber auch architektonisch in die Mitte zu nehmen, weil ja eben im Außenbereich nicht immer nur Konzerte und Kabarett stattfinden, sondern der Außenbereich ist einfach ein wunderschöner Aufenthaltsort, an dem die eigentlichen Headliner, die das Publikum darstellt. Das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Von Nischen bis Bob zieht sich eigentlich schon sehr lange auch durch das Boulevard-Motto. Worauf darf sich das Publikum auch abseits der musikalischen Sicht freuen? Also für uns ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt tatsächlich die Gestaltung, die auch in diesem Jahr im Poolbar-Generator in Hohenems entwickelt worden ist. Also man darf sich auf viele architektonische und designtechnische Feinheiten freuen. Und programmtechnisch sind wir bemüht, eben eine möglichst große Bandbreite abzudecken. Wir haben heuer erstmals zu den ganzen Jazz-Branches jeden Sonntag auch sehr viele Workshop-Angebote für Kinder und nicht nur Kinder. Da haben wir Partner wie das Kunsthaus Bregenz oder Kunstmuseum Lichtenstein, ganz verschiedene Sparten sind auch vertreten. Und im Programm sonst haben wir, wie jedes Jahr, Cabaret. Wir haben ein wöchentliches Open-Air-Kino mit Kopfhörern, auch im idyllischen Park draußen. Wir haben das Pool-Quiz und es gibt eine kleine Show. Und natürlich es gibt die große Show, den Soundet V, Gleichheimer Öffnungswochenende. Kommen wir zur Show. Musik steht ja auch zentral im Mittelpunkt beim Poolbar-Festival. 30 Jahre Jubiläum. Was ist denn das musikalische Jubiläumsprogramm? Worauf dürfen wir uns heuer freuen? Also die Headliner sprechen ja schon für sich. Worauf freut sich vielleicht auch der Herwig Bauer persönlich ganz speziell? Beim Poolbar-Festival geht es ja sehr stark darum, Nischen und Pop zu verbinden. Also nicht nur die Nischenspezialisten anzusprechen und nicht nur das breite Publikum anzusprechen, sondern einfach alle. Und wir wollen, dass die Leute, die wegen der großen Stars kommen, eben auch Neues und Unentdecktes kennenlernen. Und daher legen wir auch sehr viel Wert auf gute Support-Bands. Da haben wir auch in diesem Jahr sicher sehr viel zu bieten. Und natürlich die großen Namen wie Helge Schneider, Kruder und Daufmeister, die vielleicht speziell zum Jubiläum ein Geschenk an uns selber sind, weil die ja ganz am Anfang schon ihren ersten Auftritt bei uns gehabt haben. Aber eben, wir haben auch unter den Headlinern Bands, die jetzt bei uns nicht so bekannt sind, wie Southern Archives zum Beispiel oder Gretel Handline. Das sind sicher Namen, von denen wir in Zukunft noch viel hören werden und die wir uns wahrscheinlich in Zukunft auch nie wieder leisten können. Stichwort leisten können. Jetzt hat die Corona-Pandemie auch in der Musikbranche ihre Spuren hinterlassen, auch wenn es um das Booking geht. Welche Auswirkungen hat das immer noch nachwirken und wie schwierig war so ein Festival-Booking heuer? Gerade auch in Anbetracht dessen, wenn es um Geld geht, Dauerung und auch vielleicht auch Künstler, die den weiten Weg noch schauen oder auch nicht. Welche Probleme, welche Herausforderungen hatte die Pulver der Heide heuer zu bekämpfen? Also leicht war es natürlich nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Die Bands kalkulieren definitiv schärfer und genauer als früher, würde ich sagen. Ich habe auch durchaus den Eindruck, dass man schnuppert, inwiefern sich eine Tour ausgeht und wenn es sich rechnerisch nicht ausgeht, dann wird da einfach wieder abgesagt. Das war früher eigentlich fast nie der Fall. Und generell ist natürlich alles sehr, sehr viel teurer geworden. Also die Band-Honorare sind definitiv wesentlich höher und ist bis zu einem gewissen Grad auch verständlich, weil natürlich die Bands auch sehr stark betroffen sind von allen Teuerungsteilen, die sie betreffen. Und natürlich haben sie den Eindruck, habe ich schon auch, Corona-Jahre nachzuholen. Und jetzt wird einfach ausgelotet, wie weit die Veranstalter bereit sind zu gehen. Als Veranstalter geht man auch auf regionale Acts und Bands ein. Ich glaube, es gibt sogar, wenn mich nicht alles täuscht, einen musikalischen Rückblick durch 30 Jahre Poolbar-Geschichte, dann auch mit Vorarlberger Intonation. Wie wichtig ist auch für die Poolbar, dass man da den heimischen Acts eine Plattform bietet? Ja, das war ja immer schon von Anfang an ein großes Thema bei uns. In der Ursprungsgeschichte haben wir natürlich auch mit Vorarlberger Bands angefangen. Also die Initiative zum Festival ist ja nicht einmal von uns gekommen als Festivalmacher, sondern eigentlich haben wir Workshops gemacht und eine Vorarlberger Band hat uns gefragt, ob sie da nicht auch auftreten kann, weil ja schon alles vorbereitet war für ein Abschlussfest. Insofern haben wir von Anfang an die Vorarlberger Bands und die regionalen Bands bei uns hochleben lassen. Und das wollen wir auch nicht vergessen. Das sehen wir schon auch als Auftrag für uns, dass wir das weiterhin möglichst professionell betreiben. Und jetzt nicht an speziellen Abenden, wo wir sagen, so jetzt spielen die Ländle-Bands, sondern wir sind eigentlich dazu übergegangen, wirklich die Besten aus dem Land gemeinsam mit internationalen Bands auftreten zu lassen. Und das finde ich ist ein sehr wertschätzender Umgang mit den Bands, den sie sich auch verdient haben, weil da wirklich Großartiges passiert im Land. Und ganz speziell kann man das natürlich dann beim Sounded V, der Awardshow am 7. Juli sehen, wo einerseits schöne, gute Live-Auftritte zu sehen sein werden und eben auch die diesjährigen Gewinner präsentiert werden. Vielleicht eine Frage, wie schwierig ist es denn gerade für die heimischen Bands, da auch gebuckt zu werden? Weil oft haben ja die Bands auch selber schon ihre Support-Acts dabei. Damals gab es es noch vermehrt, also kann ich mich noch gut erinnern. Fällt es jetzt heuer schwieriger oder heute schwieriger, dass die Bands auch zulassen, dass sie einen heimischen Support-Act bekommen? Ja, durchaus. Also es kommt immer wieder vor, dass die Headliner sagen, nein, bitte einen anderen Vorschlag. Und es kommt vor, dass die fünf verschiedene Vorschläge wollen, bis es dann irgendwann einmal klappt. Und sehr oft stecken da auch Labels dahinter, die sagen, sie wollen die kleine Band, die noch kein Mensch kennt, mitbringen und so dem Publikum näher bringen. Kann auch natürlich ein Glücksfall sein, ist sehr oft auch ein Glücksfall, weil die ja im Normalfall nichts präsentieren wollen, was schlecht ist fürs Label. Insofern bekommen wir auch über diese Kanäle internationale gute Bands. Und wenn das nicht der Fall ist, stehen wir parat mit den Ländle-Bands. Drehen wir mal das Rad der Zeit ganz an den Anfang. Und dann 30 Jahre zurück, Pulberauftakt Pörtnerhaus. Wie lässt sich das noch in Worte fassen? Wie präsent sind diese Erinnerungen an diesen doch, denke ich, denkwürdigen Abend? Eigentlich sind die Erinnerungen durchaus lebendig, weil es eben damals der Startschuss war und weil damals alles für alle neu war. Und natürlich, wenn man jünger ist, saugt man solche Dinge auch viel intensiver auf. Mittlerweile ist natürlich vieles wesentlich routinierter und weniger dem Zufall überlassen. Schöne Erinnerungen gibt es nach wie vor, keine Frage. Auch an das Festival vom letzten Jahr, auch an das Festival im Corona-Jahr oder in den Corona-Jahren. Aber intensiv sind die Erinnerungen tatsächlich an die Anfangszeit, weil man da einfach mit so viel Herzblut und so wenig Schlaf bei der Sache war, dass man davon tatsächlich jahrelang zehren konnte. Also da sind Kontakte und Freundschaften entstanden, die bis jetzt anhalten. Und es ist auch ein Festival entstanden. Vielleicht, was unterscheidet denn den jetzigen Herwig-Bauer von dem Herwig-Bauer, der da vor 30 Jahren den Grundstein setzte? Die Haarpracht und die Augenringe. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass ich ähnlich naiv bin wie damals und gerne Dinge ausprobiere und sehr viel intuitiv mache. Ich glaube auch, dass ich möglicherweise menschlich ein bisschen dazugelernt habe und die Zusammenarbeit wesentlich geschmeidiger läuft, als es früher oft schon war, wenn man komplett überfordert war und komplett im Stress war. Aber jetzt ist es durchaus alles besser organisiert und der Stress kann nicht mehr den guten Umgang miteinander stören. Der gute Umgang miteinander ist ja auch beim Pool-Bard-Team gang und gäbe. Jetzt geht dieses Festival über mehrere Wochen. Wie viel logistischer und personeller Aufwand steckt denn hinter so einem Festival, das auch so lange andauert und so umfangreich ist? Ja, es ist natürlich beim Pool-Bard-Festival ziemlich exzessiv, weil wir nicht einfach nur sagen, wir haben da eine grüne Wiese und stellen jetzt eine Bühne drauf und umzäunen das und verlangen Eintritt, was natürlich auch ein großer Aufwand ist, aber wir übertreiben es da sehr gerne mit der Gestaltung. Und auch mit dem Pool-Bard-Magazin, dass man jedes Jahr in kürzester Zeit aus dem Boden stampft. Aber trotzdem sind es einfach eingespielte Dinge. Wir haben ein gut eingespieltes Team auch zum Glück. Natürlich gibt es immer wieder Änderungen. Welche Organisationen reden wir da vielleicht insgesamt? Also im Organisationsteam sind es, würde ich sagen, 20 bis 25 Personen. Und beim gesamten Festival sind dann so an die 130 Teammitglieder im Einsatz. Dazu kommen noch die Sicherheitskräfte und natürlich auch andere externe Beauftragte. Und ja, die alle unter einen Hut zu bringen, ist natürlich nicht einfach. Und wir müssen natürlich eben jedes Jahr wieder bei Null beginnen. Das heißt, es ist quasi wie ein Hausbau oder wie eine Firmengründung und dementsprechend ziemlich fordernd. Weniger fordernd ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit Partnern und Sponsoren. Wie verläuft die und vielleicht auch im Hinblick, wie steht es um die Kooperation mit der Stadt Felke? Also wir sind sehr davon abhängig, dass wir viele Partner und Sponsoren haben und haben da über die Jahre ein ganz großes Netzwerk an Partnern aufbauen können, die uns einfach helfen, das umzusetzen, was wir uns jedes Jahr aufs Neue in den Kopf setzen. Das würde ohne die ganzen Partnern aus Wirtschaft und Industrie niemals funktionieren. Und wir haben natürlich auch Förderungen und wir haben eine Stadt Feldkirch, die sehr hinter uns steht. Das hat man speziell, finde ich, im Corona-Jahr gesehen, als nicht nur der Landeshauptmann sich dafür eingesetzt hat, dass das Festival stattfinden kann, sondern eben auch der Bürgermeister, der da einfach mutig hinter dem Festival gestanden ist. Und auch jetzt bei der Weiterentwicklung des Festivals im Außenbereich versuchen wir in Abstimmung mit der Stadt und mit der Stadtpolizei und mit der Politik einen Weg zu finden, der für die Anrainer gut geht und für die Gäste des Festivals einen Mehrwert bringt. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass das sich prächtig entwickelt. Bleiben wir noch einmal beim Jubiläum. Gibt es etwas, das Herwig Bauer rückblickend anders gemacht hätte, beziehungsweise worauf ist Herwig Bauer besonders stolz, wenn er jetzt zurückblickt? Also ich glaube, besonders stolz vielleicht darauf, dass wir, auch wenn es richtig schlecht gelaufen ist, wenn wir mächtig Schulden hatten, dass wir nicht den Hut darauf geworfen haben, sondern versucht haben, gemeinsam Lösungen zu finden und das Festival einfach weiterzuentwickeln. Also unsere Antwort auf Probleme war eigentlich nie zurückzustecken, sondern eher in die Offensive zu gehen und Dinge besser zu machen. Und eben, dass wir ein Team haben, das immer wieder gemeinsam in eine Richtung arbeitet und gerne zusammenarbeitet. Also darauf, finde ich, können wir alle sehr stolz sein, weil das definitiv nicht selbstverständlich ist. Natürlich rückblickend gibt es unendlich viele Fehler. Ja, ich hätte gerne einige vermieden, aber schlussendlich gibt es immer wieder Katastrophen, die dann Gutes nach sich ziehen. Also mein Paradebeispiel dafür ist, ganz aus den Anfangsjahren, als wir ein rauschendes Abschlussfest hatten und die Architekten, die die damalige Gestaltung gemacht haben, ich glaube, das war 1997, die haben im Überschwang der Gefühle die komplette Architektur wieder niedergerissen, irgendwann um fünf, sechs in der Früh. Was im ersten Moment jetzt für mich ziemlich frustrierend war und im zweiten Moment, oder eigentlich habe ich Jahre später erst realisiert, dass das ein riesen Glücksfall war fürs Festival, weil wir dadurch gezwungen waren, die Architektur im kommenden Jahr neu zu machen und das haben wir dann gleich zum Prinzip erhoben. Also insofern... Aus der Not eine Tugend gemacht. Definitiv. Also der Zufall hat bei der Entwicklung des Festivals immer wieder eine große Rolle gespielt und da kann man entweder sich ärgern, dass Dinge passieren oder die Chance ergreifen und was daraus machen. Vielleicht können wir auch darauf ein bisschen stolz sein. Angesprochen auf Mittel. Wenn Herwig Bauer unbegrenzte Mittel zur Verfügung hätte, wer wäre der Wunschkandidat für einen Auftritt in der Pulver? All J ist eigentlich so eine Band, die mich seit Jahren begleitet und die ich sehr, sehr gerne hätte und die aber im Moment wohl eher noch nicht leistbar ist. Ja, sonst gibt es natürlich viele große Stars, die man gerne hätte, aber in Wirklichkeit ist es spannender, wenn man die Kleineren, die noch ihre Zeit vor sich haben, entdecken kann. Das ist eigentlich unser Ding. Und die holen wir auch. Und dieses Jubiläum bleibt in Vellkirch, also kein Gastspiel mehr? Das hast du mir noch nicht erzählt. Nein, kein Gastspiel mit Marilyn Manson in der Messehalle. Alles bleibt im alten Hallenbad, weil wir damals gelernt haben, die Leute lieben das alte Hallenbad und lieben die jährlich neue Gestaltung und steigen auf die Barrikaden, wenn wir kurzfristig entscheiden, wir gehen doch woanders hin. Denn da schließen wir uns natürlich an und gehen natürlich gerne ins alte Hallenbad, ins Reichenfeld nach Vellkirch. Wie wird der Festivalauftakt sehen? Warum sollte man am 6., ich glaube, der Pre-Opening mit einem Poolquiz und am 7. geht es dann richtig los? 7. Juli, wieso sollte man sich diesen Abend nicht entgehen lassen? Ja, da kommen ganz viele Abende, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber der 7. Juli natürlich speziell, einerseits weil es Live-Auftritte von Prinz Grizzly und Puma bei freiem Eintritt gibt. Und natürlich in der neuen Open-Air-Arena, die muss man natürlich sich gleich einmal anschauen. Also alleine das ist ein Erlebnis, aber einfach die ganze Show hat immer was sehr Feierliches und was sehr Wertschätzendes. Es geht klar um die Ehrung eines Lebenswerks, ohne dass wir jetzt dafür zu viel verraten. Ja, natürlich, wird man erst am 7. Juli erfahren. Und danach gibt es noch eine große After-Show-Party mit Anger im Pool. Das wird auch ein rauschendes Fest und die DJ-Parade danach wird quasi die Saison endgültig eröffnen. Dann freuen wir uns, gratulieren herzlich zum Jubiläum und bilgern alle, wie gewohnt, ab 6. Juli ins Reichenfeld nach Völkern. Danke für mich. Ich bitte so. Danke.